Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder was für die Babyborn für euch und zwar einen niedlichen kleinen Bademantel mit solchen Spielzeugenden drauf. Das sind diese Enden, die man hinter sich herziehen kann. Die sind auf Holzrollen. Ich glaube, das soll das dann letztendlich darstellen. Das Ganze ist von Zapfkreation hergestellt worden und geeignet für Kinder ab drei Jahren und es passt natürlich auch unserer Babyborn Puppe. Deshalb werde ich den Bademantel der Puppe gleich mal anziehen. Noch hat unsere Babyborn Boy Puppe das Arztkostüm an, aber das werden wir jetzt schnell ändern. So schaut jetzt unsere Babyborn Boy Puppe in dem Babyborn Bademantel aus. Der Bademantel passt wirklich sehr, sehr gut. Man kann den auch ruhig einer anderen Puppe als jetzt der Babyborn anziehen. Allerdings müssen die Abmessungen stimmen. Das heißt maximal 43 cm lang und 17 Inch soll das glaube ich heißen. Das ist eine andere Maßeinheit. Der fühlt sich auf jeden Fall total flauschig an. Wie ein richtig weicher Bademantel eben für Menschen auch wäre. Diese Entchen finde ich total niedlich. Die sind in verschiedenen Farben. Teilweise einfarbig oder auch mehrfarbig gestreift. Mit Kapuze das Ganze. Also ideal, wenn man mal seine Babyborn Puppe beispielsweise baden will. Es gibt ja auch von Babyborn die Badewanne. Die hatten wir euch schon vor längerer Zeit mal vorgestellt. Und jetzt eben auch diesen Bademantel, damit die Babyborn auch nach dem Baden wieder trocknen kann. Ich hoffe mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.